Berlin, wo seid ihr? Ich will ein Scherz! Macht mal Lärm, macht mal Krass! Macht euch mehr, merkt mal ein Schiff, es ist kein Morgen mehr! Das Spiel beginnt! Das machen sie gut! Quickly! Und er hält das Training fast! Wo ist die berühmte Berliner Stimmung? Jetzt beginnt, beginnt! Und alleine! Wo ist ihr Plan? Komm in! Smash it! Burn! 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 Biss aus! Eine quadra Schiff! Younger Mann! Musik KTt mit der Tür! Ja! Sie erobern den Bein. So, in 60 Sekunden ist hier Pause. Toller Aufbau! So, in 60 Sekunden ist der Ausgleich. So, in 60 Sekunden ist der Ausgleich. Zeit, 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Es bleibt also erstmal bei diesem 1 zu 0. Gleich geht es weiter mit der zweiten Hälfte. Und wir machen weiter. Nimm auf, nimm auf. So, jetzt vielleicht ein Tor. Gut, dass wir noch. Und acht euch. Und weiter geht es. Jetzt ist das, dass er den gehalten hat. Sport Berlin. Ich will Kraft. Ich will Lärm. 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 In 60 Sekunden ist hier alles vorbei. Willkommen. Willkommen. Oh, er hat gehalten. Vielleicht gibt ihm das nochmal Schwung. Drei Sekunden noch. Drei Sekunden noch. Direkt Ihnen der Ausbreich. Da haben Sie den Ball. Das war natürlich ein überragendes Spiel. Wir sind alle begeistert. Ich will Lärm. Ich will Lärm. Ich will Lärm. Ich will Lärm.